Ich freue mich, Sie zu sehen. Lass dich drücken. Nein, danke. Sie ist zurück. Morgen haben wir einen Termin bei dem renommierten Dr. Eddikus Sherman. Paul hat von einer Frau mit Stadium 4 gelesen, die er geheilt hat, und zwar vollkommen. Und ich für meinen Teil habe fest vor, begeistert zu sein. Du bist begeistert, ich bin blau. Ich will mich nicht besser fühlen, ich will, dass es mir besser geht. Dass du gewusst hast, wo ich mir Gras besorgen kann. Soll ich dir was verraten? Dr. Todd Mauer hat mich geküsst. Das ist nicht okay, und deswegen müsste ich mich eigentlich wirklich aufregen. The Big Sea, die neue zweite Staffel. Ab 21. Februar, 20.15 Uhr. First on Fox.